Herzlich willkommen zu einer neuen Abendausgabe von John Gossens Steady Ducks, heute am Freitag, dem 9. Oktober 2020. Der deutsche Aktienindex ist zum Wochenabschluss relativ unverändert aus dem Handel gegangen. Nichtsdestotrotz muss man rein chartig betrachtet natürlich anmerken, dass der Ausbruch über die blaue 50-Tage-Linie sowie über die psychologische Marken von 13.000 Punkten, dass dies zunächst einmal positiv zu werten ist und somit noch immer die Option bleibt, zumindest das Gap zu schließen bei eben 13.116 Punkten. Ein Sprung darüber könnte auch schnell zu Kursen Richtung 13.200 Punkte führen. Solid unterstützt ist der DAX demnach nun im Bereich bei 13.000 bis eben 12.920 Punkten. Das ist erst einmal hier eine gute Unterstützungszone, die sich der deutsche Aktienindex nun ausgebaut hat und natürlich die, ja nun in der kommenden Woche weitere Nachrichtenlage dürfte wohl darüber dann entscheiden, ob wir eben hier eine weitere Anstiegsphase sehen oder ob der DAX vielleicht noch die Unterstützungszone aufgibt. Unterstützungszone aufgeben ist auf jeden Fall oder besser gesagt steht auf jeden Fall für die Adidas-Aktie überhaupt nicht zur Debatte, ganz im Gegenteil. Hier sehen wir eigentlich, dass es konsequent nach Korrekturen wieder nach oben geht und seit März hier wirklich ein unglaublich starker Trend sich entwickelt hat. Von 160 bis auf 280 ist die Aktie jetzt schon wieder zurück und ja, könnte womöglich, wenn das so weitergeht, auch ihr Rekordniveau wieder in Angriff nehmen. Also auch hier muss man ganz klar sagen, dass rein schaltechnisch gesehen insbesondere natürlich in Kombination mit dem grünen Aufwärtstrend sowie der horizontalen Linie plus dem 50-Tages-Durchschnitt, dass hier eine sehr, sehr solide Kursunterstützung nun bei Adidas vorliegt und erst mit einem Rücksetzer darunter sich das charttechnische Bild leicht eintrübt und alles darüber zunächst einmal 100% in den Händen der Bullen bleibt. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen jetzt einen guten Start ins Wochenende.